Sieger, 16 Quillet gestohlen, sehr gut. Okay. Güter bestellt. Kaufen. Nein. Okay, Kohle für, Schildgenerator, okay, dann vier Stück hier von. So, Runde, Ben. So, Mikro, 56 Quillet gestohlen. Wir haben Durchbruch in Energie, Plasmasin. So, gut, wir müssen mal Forschung schauen. Das ist nur noch Bautechnik und Buffen. Bautechnik und Buffen Energie können wir rausnehmen. Hier sind 25 Quillet, 30 Quillet auf 30 Prozent erhöhen. Na komm. So, jetzt haben wir 30 Quillet, jetzt öffnen wir beide und machen das hier runter auf 5. Wir haben hier 40, 40 Quillet, Bautechnik, Waffen. Forschen jetzt auf 1862, Geheimdienst hier in 460. Oh, der erste Truppentransporter da runter. Oh, der erste Truppentransporter. Oh, der erste Truppentransporter. Oh, der erste Truppentransporter. Ja. Güter bestellt. Kann man mal kaufen. Jetzt soll ich mal rauspacken. Tairon. Güter bestellt. Das bestimmt nicht. Und weiter geht's. Eine Exkorte der Cardassier. Cardassier findet da falsch statt. Sofort. Torpedos haben Ziel erfasst. Ja, Sir. Ziel bestätigt. Eisser. Das Ziel ist vernichtet. Sehr schön. Die Schlacht ist geschlagen. Wir sind die Sieger. 37 Quiddets gestohlen. Dringlicher Geheimdienst. Der Geheimdienst meldet dringliche Mitteilungen. Also. Ich muss noch ein Moment ändern. Tun wir auf 10% mehr in Sicherheit. Und so lassen wir es. Ja. Acht Kommandos. Die ganze Schleisten. Güter bestellt. 153. Sieht eigentlich Top aus. Voll ausgebaut. Okay. Okay. Das hat er alles. Dann. Machen wir noch 2-2. Erstmal. Und so weiter. Geph. Für die gelbe. Ist das nicht nur hier. Okay. но, das war hier. Das sind die Meerersfarm. Ich muss die nächste Runde kaufen. DELTA oder sonst merken. Hm.